Im letzten Jahr haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert und das habe ich zum Anlass genommen, um mit wichtigen Führungsfrauen aus Krefeld zu sprechen. Wir haben über das Thema Solidarität unter Frauen, auch über das Thema Gleichberechtigung in der Gesellschaft geredet. Was haben wir schon erreicht? Was muss noch getan werden? Und dazu habe ich mit Dr. Tagret Youssef, Dr. Birgit Roos, Katja Boudin und Kerstin Abraham gesprochen. Und hier sind ihre Antworten. Was fällt dir spontan zu dem 100-jährigen Frauenwahlrecht ein? Ich habe sofort gedacht, Partizipation ist ganz wichtig. Wir Frauen sind ja mit 50 Prozent der Gesellschaft ein ganz wichtiger Bestandteil. Und Partizipation ist ein ganz, ganz wichtiger Teilaspekt dieses Frauenwahlrechts. Dass es doch unglaublich ist, dass das nur seit 100 Jahren ist, dass Frauen in Deutschland Wahlrecht haben. Freude, dass es aber in Deutschland, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren selbstverständlich ist. Ich bin so aufgewachsen schon. Das war ja nach einer Zeit, wo es auch schwierig war, dass offensichtlich solche Themen, die so eine Bedeutung haben, nach schwierigen Umbruchphasen dann möglich waren. Würdest du heute für Anliegen, politische Anliegen, andere Anliegen auf die Straße gehen? Klar. Ich gehöre zu denjenigen, die ihren Töchtern auch beigebracht haben, doch für ein Anliegen, was einem im Herzen brennt, wo man Leidenschaft findet, auch tatsächlich auf die Straße zu gehen und die Stimme zu erheben. Klar, kann ich. Ist ja noch viel zu tun. Ja, und das habe ich auch schon getan. Ich halte das für wichtig. Und ich meine, zum Glück dürfen wir ja auch in unseren Ländern unsere Meinung auf die Straße auch vertreten. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Und es wird eigentlich auch immer wichtiger. Siehst du da einen ganz besonderen Punkt, wo du sagst, da müssen wir wirklich auch stärker nochmal über Frauenrechte und über Gleichberechtigung reden? Ja, also was wir hier erleben, ist die Tatsache, dass Frauen, die aus Ländern kommen, wo das Frauenwahlrecht eben noch gar nicht umgesetzt worden ist, beziehungsweise erst in den Anfängen ist, die natürlich hier ihre Chance nutzen, dass es hier eine Demokratie gibt, dass es für sie Frauenrechte gibt und sich tatsächlich auch darauf zurückberufen. Es gibt ja immer noch in unseren Köpfen, in fast allen Köpfen, tradierte klassische Rollenbilder. Die hemmen natürlich die Gleichberechtigung. Und nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, das schöne Wort Durchsetzungsfähigkeit. Bei einem Manager ist das natürlich eine wesentliche Eigenschaft und die wird von anderen auch bewundert und auch vorausgesetzt. Und was passiert, wenn wir durchsetzungsfähig sind, dann wird das oft mit Zickigkeit übersetzt. Was ich aber feststelle ist, wir dürfen uns daran nicht ausruhen. Das heißt, wenn wir eine Position haben, zu glauben, das ist es dann, das ist falsch. Sondern jeden Tag aufmerksam sein und zu sagen, okay, nicht nur die Position auch ausfüllen und besetzen, sondern auch meinungsstark bleiben. Da hat man doch auch im Kulturbereich wenige Frauen, die in Leitungsposition sind, in den ganz großen Häusern. Ich meine wirklich, die Top-Häuser weltweit, da sind Männer an der Spitze. Zum größten Teil. Da komme ich zu einem anderen Thema, zu einer Frage Solidarität. Solidarität auch unter Frauen. Erlebst du die oder hast du die in bestimmten Bereichen auch sehr vermisst? Ja, also ich erlebe beides. Also ich erlebe natürlich, dass Frauen an meiner Seite, die das mitbekommen, sich mir solidarisch natürlich auch zeigen und mich dabei unterstützen, eben nicht aufzugeben. Aber ich erlebe auch Stimmen, die genau das Gegenteil sagen und mir dann quasi vorwerfen, ja, wenn du so eine starke Frau bist, ist doch klar, dass du da mal Probleme hast. Du musst halt ein bisschen runterkommen. Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, das wird niemals einem Mann gesagt. Warum sagt man mir das? Also Solidarität ist für mich auch ein Begriff, der unabhängig von Mann und Frau sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe, weil eben, als ich angefangen habe, gab es noch nicht so viele Frauen, die für mich hätten etwas tun können. Da waren auch wirklich viele Männer, die mich begleitet haben und die sich für mich eingesetzt haben. Und das war meine positive Erfahrung. Ich versuche, das jetzt auch zurückzugeben. Ich finde es aber schon wichtig, dass Frauen auch den Rücken stärken von einander. Genauso wie Männer es tun mit dem Girlboy Network, ist das auch wichtig, dass solche formelle und informelle Netzwerke auch existieren zwischen Frauen. Das Thema Solidarität hat genau den gleichen hohen Stellenwert wie unter Männern. Ich glaube, wir tun uns aber noch ein bisschen schwer, das tatsächlich zu leben. Wenn man sich allein die Energieversorgungsunternehmen anguckt, in Deutschland, wir sind ja ganz wenige Frauen an der Spitze in den Unternehmensleitungen. Aber wir kommen in Frauennetzwerken zusammen. Die nachfolgenden Generationen brauchen ja genau dies. Die brauchen Rollenvorbilder, die brauchen Netzwerke, die brauchen Mentoren. Und wir kommen zusammen und diskutieren natürlich fachliche und inhaltliche Dinge. Aber wir kommen auch zusammen, um natürlich auch sichtbar ein Zeichen zu setzen. Und wir kommen immer weiter.